Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschala und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und sollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es um insgesamt 5 Paragon Kisten, die wir öffnen wollen und da war ich mal wieder fleißig, hab ein bisschen was gefarmt. Wir haben hier eine Kiste Vorräte der Willenjagd, dann haben wir einmal Vorräte der unvergänglichen Armee, dann haben wir noch Vorräte der Aufgestiegenen und die Vorräte des Hofs der Ernte. Und ja, zusätzlich habe ich noch eine Armeekiste da hinten im Lager, die sind aber halt immer einzigartig und dementsprechend können wir die nicht alle gleichzeitig im Inventar haben. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an, machen die Vorräte der Willenjagd auf, da haben wir glaube ich schon soweit alles, außer es kommt vielleicht noch ein Pad raus. Nein, da war nichts drin, wir hatten lediglich 3000 Gold, bekommen 3500, dann haben wir die Vorräte der unvergänglichen Armee. Hier brauche ich noch ein Pad und ein Toy, komm bitte gib mir das Toy, nichts haben wir gekriegt, okay, traurig. Dann haben wir noch die Vorräte der Aufgestiegenen, da gab es ein Pad raus, das habe ich schon, heißt, ja, das können wir verkaufen, mal schauen, ob wir da ein bisschen Gold für kriegen. Und dann haben wir noch die Vorräte der Ernte, die machen wir auch noch auf. Okay, dann haben wir Gold und Sündensteine rausbekommen, ja, die können wir mal auch noch irgendwo gebrauchen, gut. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt nehmen wir die zweite Kiste von der unvergänglichen Armee mal raus. Ich hoffe, dass da mein Toy drin ist und Daumen drücken, Toy, wieder nur Gold. Also mein Addon sagt mir, dass ich jetzt schon 10 Kisten von der unvergänglichen Armee aufgemacht habe, bis jetzt weder das Pad noch das Toy gekriegt. Schade, heißt, ich darf wieder ein bisschen weiter farmen. Ich bin aber schon haarscharf an der nächsten Kiste hier dran, heißt, bald gibt es dann wieder die ein oder andere Kiste, die ich aufmachen kann. Jetzt gucken wir mal noch, was das Pad wert ist, hoffentlich zumindest ein paar hundert Gold oder ein paar tausend Gold. Gucken wir mal hier, ob ich es da sehe. Ah, ne, das muss ich mit dem zweiten Account, wenn, dann rausnehmen. Ich habe das nämlich schon einmal abgegradet, dann gucken wir mal beim zweiten Account, was das wert ist. Und zwar, es steht mir da dran, 3000, ich ziehe euch den mal kurz rüber. Also sonderlich viel ist das jetzt nicht wert. 3000 minimal sofort Kauf und Marktwert sind 5k. Ist jetzt nichts atemberaubend Tolles, aber ein bisschen Gold kriegen wir dadurch rein. Und in den Kisten ist ja auch ein Ticken was an Gold drin. Ich hätte jetzt zwar lieber das Toil gehabt, dass ich meine Toilsammlung so langsam mal komplett kriege, aber naja, sollte nicht sein. Ich denke mal, ich werde aber sicher noch die nächste Zeit die ein oder andere Kiste von der unvergänglichen Armee zusammenbekommen. Gut, damit verabschiede ich mich schon von dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, was ihr dabei wart und könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dabei seid bei den Paragon Kisten, ob ihr da ein bisschen mehr Glück habt als ich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.